Was haben wir uns für heute vorgenommen? Wir haben so ganz kleinen Disclaimer vorneweg. Wir werden kurz erklären, was ein MOOC ist, was unsere Ziele mit dem MOOC sind, also die Ziele des Orga-Teams. Beim MOOC ist es ja so, dass jeder auch mit eigenen Zielen kommt, aber wir erklären euch, warum wir den MOOC gemacht haben, was ihr jetzt vielleicht noch zur Vorbereitung machen könnt, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, wie die Wochen ablaufen werden und auch, was die zentrale Infrastruktur für den MOOC ist, damit ihr das mal kennengelernt habt. Genau, vorneweg, kleines Dankeschön. Die LernOS-Community ist eine Community von Freiwilligen, die im Wesentlichen Leitfaden, Lernpfade erstellen für die Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert, um möglichst vielen Wissensarbeiterinnen das Lernen zu erleichtern. Und da möchte ich vorneweg schicken, einen Dank ans Leitfaden-Team, Benedikt, Doris, Ellen, Oliver, Hans, Marcel, Moritz, noch ein Oliver, der Simon Roderos, Stefan, Susan, Thilo, Thomas, Ute und ich und auch den LernOS-Supportern, das sind Organisationen, die LernOS unterstützen. Da geht der Dank an das Beinwerk, Dativ, Deutsche Telekom, 11871, SAP, Siemens-Helsenius und Vitesco. Und damit wir das Dankeschön auch festgehalten haben im Recording, würde ich euch bitten, einfach einmal ganz kurz, macht mal euer Mikrofon auf und spendet mal einen Applaus, wenn euch das gefällt, dass da Freiwillige dran haben. Perfekt. Es sind zwar viele virtuelle Applause schon durchgeflogen, aber ich finde es in echt immer noch mal schöner. Du weißt ja, wie die Mikrofone inzwischen immer diesen Klattgeräusche auch mit ausfiltern. Ja, aber bei mir ist es ganz gut angekommen. Ich schalte mal alle noch mal stumpf, falls einer offen gelassen hat. Sekunde. So und Doris, du müsstest dich dann wieder entstummen. Genau, was wir nicht wollen, ist, dass eure Rechtsabteilungen bei uns auf der Matte stehen und sagen, ihr verleitet hier unsere Mitarbeiterinnen Tools zu nutzen, die sie nicht dürfen. Also ihr müsst sicherstellen, was ihr nutzen dürft, könnt, auch welche Daten ihr verwendet. Also wir können natürlich, wir wissen nicht, was für Daten ihr in KI hineinkopiert. Seid euch bewusst, wenn ihr Sachen auf irgendwelche Dienste euch irgendwo anmeldet und dort Daten oder Dokumente hochladet. Das landet in der Regel in irgendwelchen Clouds, oft in amerikanischen Clouds. Insbesondere, wenn es um persönliche Daten geht, seid da einfach vorsichtig. Was auch noch wichtig ist, weil viele vielleicht so klassische Lernformate kennen. Also sowas wie, man setzt sich hin ein Seminar und kriegt alles schön häppchenweise vorbereitet. So funktioniert ein MOOC nicht. Sondern ein MOOC ist sehr viel selbst organisiert. Und da sind wir auch in Anführungszeichen faul als Orga-Team. Wir haben fünf Live-Sessions, wo wir euch begleiten. Immer so ein bisschen sagen, was in den Wochen passiert. Aber der Rest funktioniert selbst organisiert. Deswegen empfehlen wir eben auch, das nicht ganz alleine zu machen, sondern eben in einem Lerntandel mindestens zu zweit oder in einer kleinen Lerngruppe, zu dritt, zu viert, zu fünft, je nachdem. Disclaimer Ende. Genau, was ist ein MOOC? MOOC steht für Massive Open Online Course. Das ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter als Format. Ich glaube, so 2010er Jahre kam das auf. Die New York Times hat 2012 mal zum Jahr des MOOCs gekürt. Wenn man die Buchstaben auflöst, steht das einfach für Massive. Also sehr viele Leute nehmen teil. Ich sehe jetzt 540 Leute. So viel hat man normalerweise nicht hier im Webinar. Alle können teilnehmen. Das ist das Open. Also es gibt keine Restriktion. Der MOOC ist kostenlos. Wer will, kann teilnehmen. Wer jetzt auch noch mit reinspringen, kann das tun. Erfahrungsgemäß. Wir hatten unseren ersten MOOC 2013. Da kamen auch über die Laufzeit des MOOCs immer mal noch Leute dazu. Also auch das ist möglich. Und er findet überwiegend im Netz statt. Dafür steht das Online. Also das zweite O. Grundsätzlich unterscheiden die sich im Grade der Interaktivität. Also gerade jetzt in so einem neuen Thema, wo jeder ja so erste Schritte geht, schon was gelernt hat, ist es wichtig, die Interaktivität zwischen den Lernenden zu fördern und den Erfahrungsaustausch. Vielleicht hat einer schon rausgekriegt, wie man GPTs baut. Der andere weiß, wie man gut Bilder promptet. Und wir lernen sozusagen gemeinsam am schnellsten, je mehr wir von diesem Wissen teilen und eben auch an den Erfahrungen der anderen partizipieren können. Das kann in kleineren Kreisen sein, in Chats oder auch auf sozialen Netzwerken intern, auf ESNs, LinkedIn, in Mastodon, was für euch passt und wo ihr euch wohlfühlt, Wissen zu teilen. Und was vielleicht noch wichtig ist, die MOOCs, die ihr vielleicht kennt von Coursera oder von AdX oder sowas, die nennt man X-MOOCs. Ich glaube, X steht für Transfer. Das sind eher so MOOCs, die bereiten sehr viel Content auf. Ihr schaut euch Videos an, macht vielleicht ein Multiple-Choice-Test am Ende, aber die zielen eben nicht so sehr auf Interaktion ab und bestehen dann eher aus so abgefilmten Vorlesungen und vielleicht Quizzes. Einfach, dass sie skalieren. Da sind dann oft auch Zehntausende Leute drin. Und das andere sind C-MOOCs oder Constructivist MOOCs. Ich weiß gar nicht, Doris, ob du das weißt. Ich glaube, George Siemens war der Erste, der das so genannt hat und der Stephen Dow, glaube ich. Und da geht es eben darum, jetzt die Leute zusammenzubringen, in den Austausch zu bringen und miteinander zu vernetzen. Und der Lern-OS-KI-MOOC ist ganz klar ein C-MOOC. Also wir wollen Community-Aktivität, wir wollen Austausch, wir wollen Vernetzung auch über den MOOC hinaus. Stephen Downs schreibt der Marcel im Chat. Sehr gut, danke dir, ich verlasse. Ja, was sind unsere Ziele? Unsere Ziele von dem Orga-Team, was den MOOC auf die Beine gestellt hat? Wir glauben, dass Prompting so ein Future-Skill ist. Also wurde mal diskutiert vor ein paar Monaten, ob jetzt jeder auch Prompt-Engineering studieren muss. Also ich glaube, so komplex ist es nicht. Aber so wie irgendwie gut googlen zu können oder gut Texte schreiben zu können, ist durchaus doch Prompting ein Skill, den man nicht gewohnt ist, der auch durchaus unterschiedlich ist, ob ich jetzt Text prompte oder für Grafik-KIs prompte. Und das ist unser Ziel, diesen Skill möglichst in die Breite zu bringen. Weil wir glauben, dass so eine, jetzt wenn man an den deutschsprachigen Raum denkt, das sind alles Länder, deren Hauptressource Wissen ist. Da gibt es keine Diamanten und kein Gold und keine Edelsteine, sondern unser Wissen, unsere Ideen sind die Ressource und die kann man, glaube ich, sehr viel besser bewirtschaften, wenn alle möglichst gut mit dieser generativen KI umgehen können. Wir hätten gern, dass ihr alle im Rahmen des MOOCs, und da leiten euch dann die Übungen durch, ein kleines Werk erstellt, was mit generativer KI generiert ist. Ich sehe manche von den Namen, die waren beim Promptathon schon dabei, da hatte man so an einem Tag ein Ergebnis erzeugt. Ihr habt jetzt deutlich mehr Zeit, fünf Wochen insgesamt, weil gerade an diesen Werken wird sichtbar und vor allen Dingen, wenn man dann auch mit beschreibt, wie man das erstellt hat, wird eben sichtbar, wie es funktioniert. Und man kann ganz viel von anderen lernen und sagen, ich muss eigentlich so etwas Ähnliches machen, dann schaue ich mir mal ab, wie der oder diejenige das gemacht hat. Und dadurch, dass der Leitfaden neu ist, auch noch so ein Ziel von uns, schön wäre, wenn euch Dinge auffallen, die falsch sind, wo ihr bessere Quellen kennt, wo Sachen schlecht erklärt sind, dass ihr die einfach uns in dem Feedback gebt. Wir werden von Woche zu Woche so kleine Feedback-Formulare einstreuen und ich zeige aber auch gleich noch, man kann direkt an den Leitfaden-Seiten Feedback geben, Kommentare reinschreiben. Dann haben auch gleich alle anderen was davon, wenn man zum Beispiel da Links ergänzt oder gute Quellen ergänzt. Schild, kurz in Richtung Doris, gibt es schon irgendwas aus? Aber apropos gute Links ergänzt, gute Quellen ergänzt, also das läuft schon. Im Chat gibt es jetzt hier zu Konnektivism schon einige Informationslinks, also da könnt ihr euch auch schon natürlich mit beschäftigen. Das Komische ist, wir bekommen jedes Mal die Nachricht, gesprochene Sprache wurde geändert, jetzt ist es mal wieder Englisch, dann wird es gleich wieder in Deutsch umswitchen. Das irritiert ein wenig. Wir bleiben doch im Deutschen. Die Simultane Übersetzung hat ja für die, die später dazu gekommen sind, leider nicht so funktioniert, wie wir das hier haben wollten. Aber eigentlich ist die Sprache Deutsch, jetzt ist sie wieder Deutsch. Keine Ahnung, was ich damit sagen möchte. Okay. Einer fragt schon im Chat, wo sind die Promptaton-Leute? Also falls jemand da ein paar Links teilen mag, Promptaton von der Corporate Learning Community, da ist auch ganz viel gepromptet worden, sehr viele gute Beispiele rausgekommen. Also die Links werden wir jetzt in den Wochen auf jeden Fall auch mit einstreuen. Ihr seht unten in dem Screenshare gehen die ganze Zeit schon so kleine Übungen durch. Das hat die Katrin Mäntele schön in der Sketchnote visualisiert. Das sind eigentlich genauso diese einzelnen Übungen, die euch dann quasi in den einzelnen Wochen durch den Lernpfad durchführen. Das zeigt mir aber später auch noch ausführlich. Genau. Was könnt ihr zur Vorbereitung machen? Falls noch nicht geschehen, dann tragt euch die Termine für die Live-Sessions ein. In der Präsentation, da packe ich auch gleich noch den Links, das habe ich vergessen, in den Chat. Also das, was ich euch gerade zeige, ist eine Web-Präsentation. Die ist öffentlich zugänglich. Ich gebe mir mal eine Sekunde, weil das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir die direkt in dem Chat haben. Die ist schon drin. Die ist schon drin. Dafür bin ich ja hier. Ja, du bist so schnell. Sehr gut. Genau, also die könnt ihr euch auch selber durchklicken. Da ist eine ICS-Datei verlinkt. Damit könnt ihr mit einem Klick euch die Termine in den Kalender eintragen. Ansonsten sind die Einwahldaten, so wie ihr jetzt reingekommen seid, auch auf meetup.com, stehen oben rechts. Jetzt der Teams-Link für alle Termine im MOOC ist der gleiche. Also wenn ihr den einmal habt, mit dem kommt ihr sozusagen immer wieder hinein. Die MOOC-Map, ich springe da mal gerade drauf. Wir haben so eine kleine Landkarte gemacht, um zu visualisieren, wo kommen denn die ganzen Lernenden her. Vorhin waren 109, jetzt sind 141 schon drin. Könnte sein, dass das Tool da ein bisschen ans Schwitzen kommt. Also da könnt ihr dann, das scrollt schon so etwas langsamer jetzt, da könnt ihr quasi mal gucken, sind denn Leute in meiner Gegend? Ist da irgendjemand dabei, der vielleicht noch jemand sucht? Wenn man hier mit der Maus über einen Punkt geht, sieht man quasi Namen. Wenn man will, kann man ein Bild hoch. Ihr müsst auch keine Klarnamen, ihr könnt gerne auch Pseudonyme verwenden. Die Map ist öffentlich, also passt da drauf auf. Und wenn ihr wollt, dass Leute euch kontaktieren können, so wie Sabrina das hier gemacht hat, dann packt da irgendwie einen Link drauf, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Da würde ich jetzt keine Handynummer oder irgendwas draufstellen, sondern irgendwas, was so ein bisschen so eine Schutzwand euch noch bietet. Sabrina hat das jetzt hier mit LinkedIn und Mastodon gemacht, so kann man das vielleicht empfehlen. Wenn man da schaut, finde ich ganz spannend, die, jetzt scrollst du nicht schnell genug, hier unten in Peru. Die Maria ist in Peru gerade unterwegs und lässt sich aber nicht nehmen, aus Peru an dem MOOC teilzunehmen. Also wahrscheinlich zusammen mit dem Kollegen oder Kollegin hier drüben in China sozusagen die größte Distanz. Aber vielleicht überbietet es sogar noch jemanden. Damit bin ich nicht mehr die südlichste Teilnehmerin. So ein Ding. Genau. Dein Pinöbel auf Mallorca war lange der weiteste, aber du wurdest klar geschlagen. Genau, also das vorneweg. Optional noch, LernOS Community hat ja immer einmal im Jahr so eine größere Veranstaltung. Die LernOS Convention, die ist am 2. und 3. Juli wieder auf der Kaiserburg in Nürnberg. Man kann auch online teilnehmen. Und wir haben den ganzen ersten Tag, da gibt es so eine Staffel von Lightning Talks gewidmet, die Erfahrungen aus dem MOOC dort in kleinen Vorträgen zusammenzutragen, weil sich das eigentlich bewährt, wenn man so miteinander online lernt, dann auch mal zusammenzukommen und da eben Erfahrungen zusammenzutragen. Wenn ihr wollt, klickt da auf den Link mal, schaut euch das an. Das werden wir aber auch im Laufe des MOOCs dann nochmal beleuchten und erklären. In dem MOOC selber ist es so, dass wir immer an den Montagen von 13 bis 14 Uhr eine Live-Session haben, außer am 20. und am 27. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum stehen die denn auf meetup.com? Da ist der Hintergrund der, dass ich auf meetup.com nur die Serie anlegen konnte. Und dann klingt es so ein bisschen komisch, ob man da einzelne Termine löschen kann oder nicht. Und da waren schon 70 Leute angemeldet und ich hatte irgendwie Angst, dort die Termine rauszulöschen, weil ich dachte, dann sind vielleicht alle weg. Also das heißt, ihr müsst jetzt damit leben, dass auf meetup.com die zwei Termine drinnen sind, aber dort wird es keine Live-Session geben. Hintergrund ist, das sind die bayerischen Pfingstferien. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Bundesländern oder Ländern ist. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man im Lernpfad nicht so weit gekommen ist, dann hat man noch so einen kleinen Puffer, um die Sachen nachzuholen, die dann noch auftauchen. Jede Woche, zweiter Punkt hier, gibt es über den Leitfaden Grundlagen und Übungen. Das heißt, es gibt so ein paar Kapitel, da schauen wir auch gleich noch drauf, wo man sich mit Grundlagen beschäftigt. Und es gibt Übungen, die man in der Woche macht, in Anlehnung an Dojos. Ich weiß nicht, wer das kennt. Dojos sind so die Übungshallen in Meditation oder in Kampfsport. Und das, was man dort tut, um beispielsweise einen grünen Gürtel zu erlangen, das sind Katas, also so standardisierte Übungen. Und das heißt, für jede Woche gibt es quasi dann so ein Set an Grundlagen und Kapiteln zum Durchlesen, zum Anschauen. Wir haben versucht, auch das so aufzuspreizen, dass es nicht nur Text gibt, sondern wir auch Podcasts drin haben, auch Videos drin haben und dann eben die Übungen. Wenn ihr als Solo-Lerner, also alleine durch den Lernpfad läuft, klar, dann braucht ihr so ein bisschen Zeit für das Selbststudium. Wir haben so über den Daumen gepeilt gesagt, ein bis zwei Stunden solltet ihr haben in der Woche. Und wenn ihr im Learning Circle quasi daran teilnehmt, dann macht es Sinn, ich weiß nicht, wer kennt da vielleicht Working Out Loud oder so Formate oder da schon mal ein LernOS Circle gemacht, quasi so eine Stunde Zeit zum Treffen zu haben, also eine Stunde für Selbststudium, eine Stunde für Treffen und Austausch. Mir ging das auch so, dass dann ganz oft, man hängt an irgendwas, da kommt nicht weiter, dann kommt man zusammen in so einem Circle, da sind noch zwei, drei andere und einer hat es verstanden, der erklärt es den anderen dann. Und das funktioniert eigentlich so als Flow für das Lernen ganz gut. Vor allen Dingen die Perspektiven. Es ist ja wirklich so wertvoll, wenn wir alleine uns unserem Kapitel widmen, haben wir natürlich unsere Welt, die wir mitnehmen und mit der wir auf das Kapitel schauen. Und in diesen Austauschsessions bekommst du halt andere Welten mit hinein. Und das ist unheimlich wertvoll. Und ich habe auch schon LernOS Guides alleine durchgearbeitet und ich mache das nie wieder, weil es ist wirklich im Team etwas ganz, ganz anderes und viel wertvoller. Ja, und es macht einfach mehr Spaß, finde ich. Wir sagen es immer dazu, es gibt auch Leute, die gern so für sich erst mal in ein Thema reingehen. Das geht auch. Wenn ihr so startet und merkt, jetzt hätte ich doch gern ein paar Mitstreiter, da gibt es verschiedene Orte, die wir auch noch zeigen, wo man dann vielleicht auch noch einem Learning Circle beitreten kann. Jetzt springe ich mal weiter, halt, da sind wir noch nicht, sondern hier. Wo wir jetzt sind, ist die Woche 1. Das seht ihr schon, Woche 1 hat auch schon Cutters und hat auch schon Themen. In der Webpräsentation ist es so, alles, was hier orange ist, ist verlinkt. Also da wird er dann über den Leitfaden entsprechend auch hingeführt. Ich kann mal, das hatte, glaube ich, jemand gefragt, Petra in den Q&A, wo findet man den LernOS-KI-Leitfaden, zeige ich später noch mal ausführlich ein bisschen. Aber hier, wenn ihr über die Webpräsentation geht, jetzt Woche 1 zum Beispiel, ich klicke hier mal auf KI-Modelle, dann lande ich quasi direkt in dem Leitfaden auf der entsprechenden Seite. Und das Gleiche gilt dafür, wenn ich hier auf die Übungen komme, also diese Cutter 0, die dient jetzt erst mal zur Initialisierung in der Woche, um quasi den Circle aufzusetzen, drüber zu sprechen, was will man eigentlich lernen mit den anderen. Also so ein klassischer Initierungsritus. Hier habt ihr sozusagen immer die Links. Auf der letzten Folie in der Präsentation gibt es dann auch noch mal eine Übersicht. Ein paar Worte noch zu diesen Lerngruppen und Tandems. Storys hat es schon gesagt, diese Vielfalt. Ich habe mal oben die drei Affen rein. Der eine probiert lieber aus, der andere liest lieber. Einer hat mehr Affinität für Technik. Also so diese Vielfalt, diese Mischung in der Gruppe führt eigentlich dazu, dass man sich ein Thema immer viel schneller erschließen kann. Und gerade diese Kombi aus, man beschäftigt sich selber ein bisschen damit und bringt das dann mit anderen zusammen. Das funktioniert eigentlich recht gut. Und deswegen haben wir euch hier zwei Ideen noch mal draufgepackt. Zum einen bildet so Lerntandems oder Learning Circle. Learning Circle sprechen wir eben von so Gruppengröße vier bis fünf Personen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn ihr jetzt aus einer Organisation hier seid, dass ihr über so interne soziale Netzwerke, ESNs mal einen Aufruf macht oder eine kleine Gruppe dort bildet, dass ihr soziale Netzwerke nutzt wie LinkedIn, wie Mastodon, vielleicht andere. Und es gibt noch zwei Plattformen, die speziell für Circle-Bildung da sind. Ich weiß nicht, der Leonid wollte reinschauen. Bei den vielen Leuten habe ich ihn jetzt noch nicht sehen können. Leonid, bist du da? Ich springe hier schon mal drauf. Wir haben hier 579 Teilnehmende. 580, wo ich sage, das ist schon recht unübersichtlich. Ich kann nicht drin suchen. Also ich bin ja von extern zugeschaltet. Also falls der Leonid noch dazustößt oder irgendjemand ihn sieht, dann gebt ihm einen kurzen Ping, dann könnt ihr jetzt auf die Bühne kommen. Also ich habe mich ja gerade mal angemeldet in dem Peerfinder, Peerfinder.app, den Link findet ihr in der Präsentation. Und wie ihr da jetzt zum Beispiel seht, ich springe da mal drauf. Ich habe ein Learning Circle-Angebot gemacht, den habe ich mal genannt Stable Diffusion Promptors. Also weil ich quasi jetzt mit so einer lokalen Bild-KI, die Stable Diffusion heißt, prompten will. Und jetzt kann man hier so ein Angebot machen und dann kommen Leute und sagen, ich wäre da gern mit dabei. Ich habe mal initial gesagt, los geht es jetzt prinzipiell heute. Ort ist noch offen, Sprache ist Deutsch. Kurze Beschreibung, was hier passiert. Und ihr seht jetzt hier rechts am Rand, der Circle hat schon fünf Mitglieder, also es sind schon Leute dazugekommen. Und ihr seht hier oben, das ist jetzt passiert, heute Morgen irgendwann, da hatte ich nicht mehr reingeschaut. Silvia fragt hier an und sagt, würde gern dabei sein. Bin mir aber nicht sicher, ob mein Laptop die notwendige Voraussetzung hat. Müssen wir klären. Und ich kann dann quasi einfach hier auf Bestätigen klicken und dann ist Silvia mit in dem Circle drin. So eine Peer-Finder-Gruppe bietet so eine ganz schlanke Infrastruktur, die eigentlich für viele Circle-Orgas schon ausreicht. Also wie ihr seht, ich habe unten so einen ganz kleinen Chat. Ich habe die Möglichkeit, hier oben rechts, wenn ich sage Gruppe verwalten, ich kann hier Lesezeichen hinzufügen. Also ich kann zum Beispiel den Leitfaden da verlinken. Ich kann einen Termin für ein Treffen organisieren oder einstellen, also so einen kleinen Terminkalender. Ich kann da Einwahl-Links hinterlegen, wenn man sich zum Beispiel auf Teams oder Zoom oder Webex oder wo auch immer trifft. Also für viele reicht das schon aus als Circle-Infrastruktur. Hier gibt es die Frage, ob die Größe des Circles auf fünf beschränkt sein muss. Na, das muss sie nicht. Also wer die Geschichte da ein bisschen kennt, das Vorbild für die Working-Out-Loud-Circles waren ja die Lean-In-Circles. Die empfehlen, glaube ich, 12 bis 14. Und John Stepper hatte damals gesagt, wenn man eine Stunde Zeit nur hat in der Woche und will sich so ein bisschen inhaltlich austauschen und jeder soll zu Wort kommen, dann ist 12 bis 14 viel zu viel. Ich weiß gar nicht, ob die vier bis fünf so eine Empirie dann waren von ihm aus der Deutschen Bank noch oder wie es dann genau zu denen gekommen ist. Aber ich glaube, der Moritz hat es auch gerade in den Chat geschrieben, vier bis fünf oder vielleicht sechs, weil ihm auch mal einmal jemand rausfällt aus dem Circle, der dann keine Zeit mehr hat, ist, finde ich, so eine ganz gute Größe, wo jeder seine, also die Vielfalt groß genug ist, der Blickwinkel, aber auch jeder seine Perspektive gut einbringen kann. Und die Terminkalender deutlich einfacher zu synchronisieren sind. Das ist der Punkt. Wenn ihr nicht in der gleichen Organisation seid, die da alle dahinter stehen, sondern wenn ihr aus verschiedenen Bereichen kommt, dann ist das mit fünf Menschen auf jeden Fall viel, viel leichter. Das kann ich euch als Erfahrung sagen. Und dann passt auch die Stunde. Und das ist ja wirklich wichtig für uns, wenn wir uns eben diese Stunde nehmen, dass wir dann auch durchkommen und mit fünf Leuten funktioniert das super. Genau. Genau. Da wurde gerade gefragt im Chat, habe ich zufällig gesehen, wie viele Gruppen gibt es bereits? Wenn ja beim Anlegen quasi dieser Peerfinder Circle, das Hashtag, das sieht man hier oben, ich habe KI-MOOG24 vergeben, dann kann man hier draufklicken und dann findet man alle Circle, die quasi zu dem Hashtag da sind. Im Moment gibt es da zwei scheinbar. Also der, den ich angelegt habe. Die offen sind. Ich glaube, du siehst jetzt nur die, die offen sind, weil ich sehe meine nicht. Genau, die geschlossen. Richtig, genau. Wenn der schon geschlossen ist, dann sieht man den da nicht mehr. Richtig. Richtig. Wenn ihr eine neue Gruppe hier anlegen wollt, einfach auf neue Gruppe klicken, dann den Typ auswählen, LernOS Circle. Ihr könnt eurem Learning Circle einen Namen geben. Das finde ich auch immer ganz schön. Nur wenn die Gruppe so einen Namen hat, die Gruppe schreibt, was sie macht oder was das Thema ist oder auch einfach einen lustigen Namen. Kurze Beschreibung. Dann hier, das wäre der Ort, wo man den Tag einträgt entsprechend. Und dann eben sagt, wann startet die? Wie viele Mitglieder sind da maximal dabei? Weiß nicht, ich habe gehört vom Felix, glaube ich. Die treffen sich sogar in einer Bibliothek bei sich in der Ortschaft. Wahrscheinlich sind die meisten, treffen aber virtuell. Dann kann man den Haken setzen. Wenn man möchte, kann man hier auch schon Einwahllinks hinterlegen oder sich einen Jitsi-Link generieren lassen, falls jemand Jitsi verwenden will für den Austausch. Man kann die Sprachen festlegen. Also sehr wenig Daten, die man eigentlich nur braucht. Und dann drückt man auf den Knopf und dann ist das Circle-Angebot auf dem Circle-Marktplatz. Was vielleicht noch wichtig ist, auf dem Marktplatz zu sein, ist das eine, so ein bisschen den Link in Richtung eurer bekannten Zielgruppe oder jetzt auch dann eben über den Hashtag auf LinkedIn, auf Mastodon das verbreiten, damit man schnell eben auch Leute findet, die da mitmachen können. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade gemeint hast, Doris. Diese private Gruppe, wenn man den Haken setzt, taucht es wahrscheinlich nicht in der Circle-Übersicht auf. Dann, und wenn er, wie gesagt, geschlossen ist. Das würde sich anbieten, wenn du das zum Beispiel jetzt mit einer Firma machst. Oder ich habe das auch schon mal gemacht, wenn ich wusste aus meinem Netzwerk, da kommen fünf Leute zusammen und ich möchte aber jetzt nicht, dass jeder sich anmeldet. Dann kann ich das auch auf privat setzen. Aber ansonsten, traut euch, arbeitet mit Menschen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau. Ich sehe, der Rainer hat den Chat geschrieben. Wir nutzen einen offenen Teams-Kanal. Also, wenn jetzt jemand in der Organisation so ein Circle macht, ist natürlich Teams eine tolle Plattform. Entweder ein Gruppenchat in Teams oder ein ganzes Teams. Da hat man dann gleich Videokonferenz mit dabei. Teams hat mittlerweile die Möglichkeit, auch offene Kanäle zu machen. Also, darüber würde man in den Chat-Kanal auch Leute reinbekommen, außerhalb der Organisation, wenn das erlaubt ist. Passt da wieder auf, was bei euch in der Organisation erlaubt ist und was nicht. Genau. Und vielleicht, weiß nicht, Marcel, vielleicht könntest du einen Satz noch sagen, für die Leute, die auf Teams sind, ihr habt für euch intern ja den Leitfaden auch in einer OneNote-Version. Da würden wir eventuell noch den Link bereitstellen, dass man den Leitfaden auch als OneNote verwenden kann. Ich sehe dich gerade so oben rechts im Eck. Vielleicht magst du da kurz noch was zu sagen? Richtig. Da gibt es also ein entsprechendes Template, was wir erstmal intern aufbereitet haben für die Lernreise, die parallel ja läuft auf Conti-Seite. Und ich bin da mit Hannes im Austausch. Also ich hoffe, dass ihr das zeitnah bekommen könnt. Der hat es erstellt, das OneNote-Template, zusammen mit Alisa bei uns. Und ja, sollte sicherlich an euch rübergehen, falls es noch nicht geschehen ist. Ich dachte, er hätte es schon rübergeschickt. Also ich habe jetzt nicht mehr die ganzen letzten Mails, weil heute früh recht viel los war. Aber ich schaue da nochmal rein. Wir würden es dann einfach, wenn es da ist, verlinken auf der Leitfaden-Seite. Das zeige ich auch gleich nochmal wo. und kurz auf LinkedIn und Mastodon unter dem Hashtag schreiben. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man in Teams eh ist, sozusagen gleich eine Version zu haben, in die man dann auch reinschreiben kann, sich Notizen machen kann. Das ist eigentlich ganz fluffig. Wir hatten auch noch angeboten, Lerngruppen zu finden in einem Pad auf der Übersichtsseite. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn du auf dem Lano-as-Discord-Server bist, da gibt es auch eine Rubrik Biete Suche. Und auch da haben es schon Leute angefangen, Lerngruppen zu suchen. Komm mal gleich. Zeige ich auch gleich. Ich habe so eine Infrastrukturfolie noch, wo die ganzen Links drauf sind. Ich gehe gerade mal noch einen Tick nach unten, weil wir haben zwei Besonderheiten noch. Die eine Besonderheit ist, das hatte ich schon gesagt, da gibt es kein, 2027 gibt es kein Live-Session. Da muss man hier nochmal ein bisschen runter. Ah, ich habe es noch gar nicht. Ah doch, hier habe ich es eingetragen. Falls der Florian da ist, könntest du dein Mikro mal öffnen? Der Florian von, ah, du bist da, sehr gut. Florian von MindGPT. MindGPT.com war auf dem Corporate Learning Community Camp, Corporate Learning Camp, und hat dort einen Workshop gemacht, oder eine Session gemacht, wo sie mit ihrem Tool quasi das Prompting unterstützen. Und Florian hat angeboten, das optional im MOOC nochmal zu machen. Und ich fand es toll, sowohl die Session als auch das Angebot. Da haben wir jetzt einen Termin vom 6., also am 6., 6., 15. bis 17 Uhr. Den stellen wir auch auf meetup.com nochmal ein. Und Florian, wenn du magst, erzähl kurz, was die Leute erwartet, wenn sie da dann mitmachen wollten. Genau, freut mich. Es ist, glaube ich, das größte Teams-Meeting in meinem Leben, wo ich bis jetzt drin war. Ich freue mich riesig, hier diesen MOOC mitzuerleben. Genau, ich bin ja Gründer von dem Startup MeinGPT. Wir begleiten Mittelständler bei der KI-Einführung, haben dafür eben auch so eine sichere KI-Plattform gebaut, und wir fokussieren uns da viel drauf, wie wir möglichst alle beim Thema Prompting und KI-Einsatz mitnehmen können. Und genau dafür haben wir quasi eine interaktive Lernplattform gebaut, wo wir dann quasi live während der Session Aufgaben gemeinsam erledigen können. Das heißt, ihr sollt dann Mails schreiben, Pläne generieren und so weiter. Und das könnt ihr dann direkt auf der Plattform machen. Und ein KI-Coach gibt euch dann Feedback, ob ihr eure Prompt noch verbessern könnt. Das ist so ein Konzept, um schon mal sehr viele Mitarbeiter beim Thema KI dem Thema nahezubringen. Unsere Entwickler lassen gerade noch die Lasttests laufen, dass wir auch potenziell 600 Leute parallel damit durchbekommen. Die sind fleißig am Programmieren, das kann ich euch verraten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also wir machen quasi zwei Stunden Session. Eine Stunde davon ist reines Live-Training. Wir werden dort mit ein paar Trainern bei uns mit dort sein, noch mal Fragen beantworten. Und da einfach noch mal für alle, die schon ein bisschen Erfahrung haben und für die, die noch keine Erfahrung haben, dort einen geführten Einstieg noch mal dort geben. Genau, bin sehr gespannt und freue mich da natürlich riesig auf das Feedback, was wir dazu bekommen. Sehr cool. Danke, Simon, für die Möglichkeit dafür. Ja, wir haben zu danken. Das ist ein tolles Angebot, da noch mal strukturiert und mit so einem Lernangebot einzusteigen. Also großen virtuellen Applaus an euch. Gut, genau. Das ist das eine, was besonders ist in den Wochen. Ich springe gerade noch mal in die fünfte Woche. Das ist vielleicht interessant für Leute, die hier so bei uns im Raum sind, Nürnberger Raum. Wir haben für den 21.06. unseren Knowledge Jam Termin hier in der Cognon Akademie in Nürnberg auf den Tag gelegt. Das heißt, wer mag, kann da zu so einem Coworking Tag 10 bis 16 Uhr nach Nürnberg kommen und sich noch mal austauschen. Vielleicht Gelegenheit, sich mit dem Circle noch mal zu treffen. Und dort machen wir dann von 13 bis 14 Uhr einfach so einen ganz offiziellen Abschluss des MOOCs, sodass er so ähnlich, wie wir heute in der Auftaktveranstaltung hatten, auch einen schönen gemeinsamen Abschluss dann haben am Ende. Da folgt aber noch die Anmeldung. Ah ne, ich habe sie sogar schon. Jemand hat sie erstellt. Ich habe sie nicht erstellt. Jemand hat sie erstellt. Wenn ihr hier drauf klickt, dann findet ihr hier so ein Ding, das ist bei uns auf der Community-Plattform. Da könnt ihr euch dann anmelden. Wir haben so für 30, max 35 Leute Platz. Und dann haben wir die Abschlusssession auch noch mal mit kleinem Live-Publikum. Gut, dann komme ich hier auch zur letzten Folie. Noch mal gesammelt die ganzen Links, die ihr braucht. Also wenn sich irgendwas ändert, ihr habt ja schon mal so Info-Mails von uns bekommen, die wir über meetup.com verschicken. Es gibt diese Infoseite hier zum KI-MOOC. Das ist dieser Link. Da findet ihr hier oben, das ist der Link zu den Folien. Also da könnt ihr in die Folien reingucken. Das werden wir jetzt auch so ein bisschen umbauen, dass hier noch die anderen Termine mit auftauchen. Aber falls sich irgendwas ändern sollte an Terminen, ihr werdet eine Info-Mail über meetup.com kriegen und wir werden es auf diese Seite schreiben. Das ist so ein bisschen unser Single Point of Truth, wenn man so will. Dann wurde vorhin schon gefragt, die Leitfäden, die sind hier verlinkt. Wir haben immer so Web-Versionen in der Leitfäden. Also was ihr hier seht, ist die Startseite des deutschen Leitfadens. Wie man das kennt, so linke Seite. Navigation. In dem Grundlagenkapitel sind die ganzen Grundlageninhalte. Also zum Beispiel, wenn man in der Woche dann darauf kommt, sich damit zu beschäftigen, wie hat sich KI eigentlich entwickelt. Dann kann man das hier durchlesen. Die Seiten sind responsiv. Das bedeutet, ihr könnt die auf dem iPad, auf dem Smartphone, auf welchem Device auch immer anschauen. Das Grundlagenkapitel und dann gibt es das Lernpfadkapitel. Da sind diese Cutters oder Übungen drin. Wie ihr seht, 13 Stück. Weil wir eigentlich diese Lernpfade auslegen für, sie laufen über ein Quartal. Dass man die in einem Quartal macht. Und wir tun das jetzt, damit wir bis zur LernOS Convention quasi einmal durch sind mit euch, durch den Pfad so ein bisschen komprimieren und zusammendrücken. Aber im Kern sind da eben die ganzen Übungen, die ihr braucht. Jemand schreibt, GBT, das ist nicht mit Bertha, sondern mit Paula, der Link. Genau. Dann gibt es hier noch was Besonderes. Wir schreiben diese Inhalte quasi in so einer neutralen Sprache. Markdown nennt sich die. Muss euch nicht interessieren. Wir generieren daraus die Leitfäden dann. Das führt dazu, dass ihr hier unter Download euch auch eine PDF-Version runterladen könnt. Wer will, kann sich eine Word-Version runterladen. Wer es in den Wiki kopieren will oder so eine HTML-Version. Wer vielleicht auf dem Balkon sitzt und einen Kindle-Reader sein Eigen nennt, kann sich auch die E-Book-Version runterladen. Das heißt, wir haben verschiedene Formate und hoffen, dass da eins dabei ist, was euch taugt. Wenn wir von Marcel und Conti noch das OnePKG bekommen, wird das der Ort, wo ich es mit einfüge als Link noch und dann aber eben entsprechend auch noch mal eine Info schreibe. Eine Warnung. Grundlagenkapitel, weiterführende Informationen. Da haben wir Bücher gesammelt, Studien, Kurse, Podcasts, Videos. In dem Zeitkontingent, was ich vorhin erwähnt habe, ist diese Sammlung hier nicht dabei. Also wenn ihr hier abtaucht und fangt an, euch Videos anzuschauen mit einer Stunde oder so, dann müsst ihr gucken, dass ihr mit der Zeit hinkommt. Die Idee, und da werdet ihr im Lernpfad auch drüber stolpern, ist, dass wir euch hier Dinge geben, wo man sagt, das sind Newsletter, die ich abonniere oder YouTube-Kanäle, die ich abonniere, um dann auch über den MOOC hinaus einfach am Ball zu bleiben. Und an Beispiel dieser Seite kann ich es mal noch zeigen. An jeder Seite im Leitfaden hängen unten Kommentare dran. Das heißt, ihr könnt zum einen über die Reaktionen sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Daumen hoch, Daumen runter. Anders als bei Linkin gibt es bei uns nicht nur Daumen hoch, sondern wenn das Kapitel Shit war, dann könnt ihr auch den Daumen runter machen. Und wenn ihr sagt, was weiß ich, bei den Vlogs, da fehlen welche, könnt ihr quasi per Kommentar die auch ergänzen. Ihr braucht dafür ein GitHub-Konto. Das muss man sich einmal anlegen, dann kann man da reinschreiben. Vorteil ist, das Leitfadenteam bekommt sofort mit, wo kommentiert wird und kann dann in die nächsten Versionen sozusagen einplanen, gute Links mit zu übernehmen. Zwei Sachen hier noch. Oben gibt es eine Suche. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, da hat auch mal jemand Lama gesagt, kann ich hier oben Lama eingeben, finde quasi die Seiten, auf denen Lama auftaucht und dann springe ich hier auf die entsprechende Stelle. Und hier oben ist auch versteckt, vielleicht kennt ihr das von Wikipedia, der Sprachumschalter. Also wenn ich hier über dieses, ich vermute mal, das ist ein chinesisches Sprachsymbol, da draufgehe und hier auf Englisch klicke, dann ist das Gleiche, was man vorher gesehen hat, nur auf Englisch. Und auch die Downloads, PDF-Version, E-Book und so weiter, sind hier auf Englisch. Kleiner Disclaimer steht hier, glaube ich, drauf. Wir haben in die Produktionskette DeepL eingebaut, also das Maschinenübersetz, das haben keine Natives drüber gelesen. Auch da, wenn euch Sachen auffallen, die schräg sind, könnt ihr die gerne da auch mit reinschreiben. Also das ist der Leitfaden. Kommentare hatte ich gesagt, gerne direkt unten an die Kommentare schreiben. Wir haben auf Discord einen Chatkanal, den wir so als allgemeinen Chat zum MOOC haben. Ich weiß nicht, wer Discord nutzt, den kann ich auch gleich mal zeigen. Also falls irgendwie Fragen aufkommen, falls ihr Hilfe braucht, falls irgendwas ein Thema ist. Es gibt kein, wir haben keine E-Mail-Adresse oder keine Telefonnummer, wie gesagt, das ist selbst organisiert. Aber wir wollten so ein bisschen einen Ort bieten, wo Hilfe zur Selbsthilfe möglich ist, wo vielleicht jemand eine Frage hat und jemand anders weiß schon die Lösung oder die Antwort dazu. Ich schiebe mal gerade meinen Discord hier rüber. Das sieht so ein bisschen aus wie Teams oder wie Slack. Und wenn ihr dem Einladungslink folgt, gibt es hier eben, hier links, LernOS, KI MOOC, gibt es eine Kategorie auf unserem Discord-Server. Das ist so die allgemeine, der allgemeine Kanal. Johnny sagt hier, hu hu, hi, grüß dich Johnny. wo es so Reaktionen und so weiter gibt. Da kann ich ihm jetzt hier einen Daumen hoch geben zum Beispiel. Und wir haben separat, weil wir vermutet haben, dass da relativ viel Traffic drauf ist, jetzt gerade in der ersten Woche auch nochmal so ein Suche-Biete-Kanal. Das heißt, wenn jetzt jemand im Peer-Verein dann meinetwegen ein Gesuch hat oder so, lohnt sich das sicher, das auch hier mal reinzupacken. Braucht man halt einen Discord. Ja. Und die Sophie hat über die Frage und Antwort genau nach dieser Gruppe gefragt und schau da bitte rein, weil es haben sich auch schon einige Leute gemeldet, die dir eine Lerngruppe anbieten. Und dann auch wiederum hat jemand angefragt in dieser F&A-Sektion, ob die Person auch bei einer anderen Lerngruppe mitmachen kann. Also ihr seht, es gibt viele Kanäle an der Lerngruppe zu finden. Also erfahrungsgemäß fühlt sich so ein MOOC erstmal in der ersten Woche sehr turbulent an und dann rüttelt er sich so zurecht. Und so muss man das, glaube ich, sehen. Genau. Ich wollte gerade hier noch zeigen zum Lerngruppenbilden das Pad. Ich glaube, Doris, du hattest den Link direkt zu diesem Pad schon in den Chat gepostet. Genau, da kam jemand zuvor. Und wisst ihr, das ist drin. Genau. Einfach hochscrollen. Genau. Wir haben auf dieser einen Landingpage quasi, die ganz oben verlinkt ist, unser Single Source of Truth. Da ist auch nochmal ein Pad eingebaut, wo auch Gesuche drauf passen können. Also da hatte ich jetzt auch meinen, der ist jetzt voll, den werde ich dann umkopieren von hier oben nach hier unten. Da passieren irgendwelche wilden Sachen. Da müssen wir nochmal drauf gucken. Aber das könnt ihr gerne eben auch als Marktplatz verwenden, um da euch zusammenzufinden. Das ist der Chatkanal, die Nummer vier. Dann ist natürlich interessant, wenn ihr Sachen gelernt habt, die auch irgendwie zu teilen. Wir haben oder verwenden auf LinkedIn den Hashtag KI-MOOC24. Das ist immer ganz witzig, weil viele wissen gar nicht, dass es auf LinkedIn Hashtags gibt. Also ihr könnt mit diesem Gartenzaun KI-MOOC24, wenn ihr das verwendet in dem Post, so wie ich es hier zum Beispiel gemacht habe. Ich habe hier meinen Ort, wo ich jetzt gerade sitze, gepostet. Und der Sven hat geschrieben, er ist Teilnehmer. Dann sieht man ihn schon hier. Hallo Sven. Und dann kann man sozusagen hier oben, jetzt bin ich entfolgt, kann man quasi dem Hashtag folgen oder entfolgen. Und wenn ihr dem folgt, dann bekommt ihr quasi die neuen Einträge vom KI-MOOC24 in die ganz normale Timeline auf LinkedIn. Das ist das eine Medium, wo wir auch posten, wenn es Neuigkeiten gibt. Das zweite ist Mastodon. Auch dort haben wir den Hashtag angelegt. Also wenn es jemand auf Mastodon Social, Co-Learn Social ist, ist so ein bisschen der Nachfolger von Twitter, kann man so sagen. Und ihr das nutzt, dann könnt ihr da auch folgen. Gibt es auch einen LernOS-Account, dem ihr folgen könnt. Da ist jetzt zum Beispiel schon die Session angekündigt von Florian und MeinGPT. Und da kann ich auch hier, also hier oben rechts, wenn ihr seht, folgen, entfolgen. Aus dem tun wir auch so eine kleine Mastowall generieren. Da ist auch der Link in der Präsentation drin. Wenn ihr da einmal drauf klickt, muss man immer einen Moment warten, bis die sich zurechtsortiert hat. Vielleicht kennt ihr von Twitter-Seiten noch diese Tweet-Walls, die so einfach chronologisch rückwärts alle Posts mit dem Hashtag anzeigen. Und da sieht man schon Holger hier vor seinem hochmodernen Tafel stehen. Und man kann hier so ein bisschen grafisch ansprechen, da durch die einzelnen Posts durchgehen. Genau, das ist das. Und letzter Punkt von meiner Seite, und dann können wir in die Fragen gehen. Egal, welche Zeit wir auswählen für die Live-Session, immer hat jemand, der eine hat da die Abteilungssitzung, der andere da, der eine hat da keine Zeit. Deswegen zeichnen wir die auf. Und alle Aufzeichnungen, also alle fünf Aufzeichnungen, landen in der YouTube-Playlist. Die ist hier verlinkt. Klicke ich mal drauf. Das heißt, das sind im Moment ist dann nur die Ankündigung. Also seht ihr hier drüben, das Ankündigungsvideo. Und unser Song zum MOOC drin. Und da werden dann eben jetzt diese Session von heute, die Dub-Version mit Englisch drauf und dann alle folgenden auch hier drinnen dann. Jetzt sind wir einmal durch und haben zum Glück noch knapp eine Viertelstunde Zeit für Fragen. Und bestimmt hat die Doris die schon in der Q&A sortiert beziehungsweise weiß, welche wir noch beantworten müssen und welche noch nicht.